Musik Herzlich Willkommen bei Fliegel. Heute geht es um den TTS, ein sehr flexibles Fahrzeug mit sehr vielen Einsatzbereichen. Und zu den Details kommen wir nun. Musik Die Innenbreite bei diesem Fahrzeug ist enorm. Sie beträgt 2050 Millimeter. Musik Wir haben eine Ladehöhe von nur 620 Millimeter und das bei bester Bodenfreiheit. Musik Wir haben hier keine Kabel unter den Achsen und die Leitungen vorne sind durch den Zugkorn verlegt. Dadurch haben wir die Beschädigungsmöglichkeiten nochmals minimiert. Musik Die Mehrkammerleuchten sind optimal geschützt angebracht. Hier sehen wir eine stabile, sichere und einfach bedienbare Heckabstützung. Eine Anschlagleiste, die wir in verschiedenen Positionen montieren können für die optimale Ladungssicherung. Musik Für die perfekte Ladungssicherung haben wir die Load-Lock-Seitenwandprofile plus zusätzliche Zuösen, die wir im Boden verschraubt haben. Musik Für die verschiedenen Ladungssituationen gibt es extra eine verstärkte Laufbahn für hohe Punktlasten. Musik Zusätzliche Zuösen im vorderen Bereich für die perfekte Ladungssicherung. Musik Ja, das war's zum TTS. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Musik Musik Ja, das war's zum TTS. Musik Untertitelung des ZDF, 2020